Willkommen! Willkommen und wisch! Kann ich jetzt ein Intro machen und es selber abzu... Ich habe ein neues Sturmgewehr, das wird getestet, das wird getestet und ich habe mein Intro schon vergessen. Ja, es macht Freeze-Schaden, man sieht es. Es gibt sehr viel Kälte-Explosionen rundherum. Könnte gut sein, um Monster zurückzuhalten, aber Schaden ist gerade nicht so besonders. Ich probiere es mal mit dieser Fähigkeit. Macht es überhaupt Schaden, Schad? Kommt mir nicht so vor. Ich kann eigentlich drauf bleiben. Ja, auf den Monster zurückhalten geht es. Es wird sowieso laggedown, diese Session bei dieser Schwierigkeit. Ich probiere gerade wieder die höchste Schwierigkeit aus. Okay, machen wir mit der Shotgun mal Schaden. Das ist gerade eh nur die Anfangswelle. Obwohl es genau in dieser Höhle am schwierigsten sein wird, weil genau in dieser Höhle dann unten das Wasser ist, jeder Durchgang nur, und da wird man ziemlich stark zurückgehalten. So könnte das funktionieren. Das hat gar nicht schlecht ausgeschaut. Zuerst mit dem Sturmgewehr drauf und dann den Rät machen lassen. Können wir probieren, die Taktik. Wow! Erst machen wir mal die Taktik, einfach alles raushauen, was wir da haben. Auf kurze Distanz. Funktioniert auf jeden Fall immer gut. Und sie alle durch den kleinen Tunnel zwingen. Ich kann sie so auf jeden Fall zurückhalten, bis meine Fähigkeit wieder da ist. Ja, das kann was, glaube ich. Ich glaube, das kann schon was. Muss ich nur auf den Tunnel wieder rauskommen, dann. Das wird das größere Problem. Freeze! Nee, nix. Oh, ja. Ja, ja. Ja. Ich kann nicht die Tunnelprobleme. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Too hard, too hard, too hard, too hard, too hard, too hard. Too hard. Too hard. Too hard. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha. Pssch. Shut up, man. Oh. Oh, wow. Oh, was kriege ich? Yeah. Oh. 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 Ich weiß nicht. Oh, neue Daktik. Dammit Corrigan. Dammit Corrigan. Dammit Corrigan. Dammit Corrigan. Uuuuh. Habe ich schon mal alle Gegner gespawnt? Sehr schön. Oh, das ist auch eine Sackgasse. Ich werde sie alle finden. Alle Sackgassen. Und Granatenschaden. Nice. Oh, wow, wow, Monikiste. Ich hab sie irgendwo gesehen da. Da war sie. Ah, die Anfangshöhe ist wirklich zart. Er hat Frozen Beaches, wie die Früchte, die Nestle verkauft in ihren Flaschen. Da hat er Schaden, wow, ihr Heif kriegt ihn, entscheidend Schaden. Und weiter geschossen wird. Ha. Oh je, da kommen schon die Großen. Okay, Granaten, 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 Granaten. Ich hoffe, dass da ein bisschen Granatenschaden dabei war. Ah, es schaut doch noch Granatenschaden aus, oder? Nicht im Wasser bleiben. Das war, glaube ich, auch Granatenschaden, Schad. Nicht im Wasser bleiben. Ah. Und wieder Muni holen, schnell. Ja. Dieser Anfangsbereich wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, wenn ich mich einschachteln darf. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Nein. Nein. I can't hear it. I can't hear it. Babuschka, krieg ich was, keine Stiefel des Antriebs, ok, ok, ähm, was hab ich da für so nen Dreck, wir probieren es wieder, macht das Schaden, naja, nicht besonders, ich hab mit dem Stummgewehr, das fließt, hätte ich bessere Chancen da, das war mal ein guter Schaden, ja, das macht nichts, ich hab auch noch eine Stufe 48er Waffe, also Stummgewehr, das fließt, du bist dran, Mr. Kälte-Explosion, hat schon wer her geschafft, oh, kommt schon, macht sie weg, ja, hat der Ganatenschaden auch noch, ok, ok, muss noch rechtzeitig aus dem Tunnel rauskommen, das wird vielleicht jetzt schon schwierig, komm schon, lass mich raus wieder, wow, running, 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 running for myself and I, I'm gonna die alone, oh, nicht wieder Dierke, nicht wieder Dierke, will ich in Dierke sitzen, ei, 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 der macht's, viel zu viel Schaden, ach komm schon, lasst mich doch mal, running, 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 running away again, running away again, all I can, kommt was, der da, weg, ne, nicht weg, weg, gut, oh, 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 oh Oh Gott, ich muss die Kleinen wegmachen. Oh, wolltest du nicht alle auf einmal hoffen? Oh, immer weiter schießen. Komm, mach die Kleinen weg. Immer weiter schießen, nicht schießen aufhören. Oh, Mist. Mist. Oh, Hose des Fagabuns, das Versagen wohl eher. Wir machen hier eine Pause. Also, versuchen wir es dann noch einmal. Just a while. Jetzt mal, Students. Okay.